Wie ein Stern aus seiner entfernten Welt findest du geheimnisvoll in unsere Zeit. Wenn sie erscheint, wird meine Welt strahlend hell, bin atemlos und auch mein Herz schlägt schnell. Sie ist nicht zu fassen, denn sie ist wie ein Geheimnis, das niemand kennt. Sie sucht die Dämonen und Schatten und sie zu kämpfen, ist ihr Element. Sie fliegt über die Dächer der Stadt und kommt wie ein Karton um Mitternacht. Sie war so wie ein heller Stern. Doch letztlich ist sie nur einen Herzschlag von mir entfernt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020